Bei einer Herzkatheteruntersuchung werden die Herzkranzgefäße der Patienten dargestellt. Das heißt, man schaut sich mit etwas Kontrastmittel die Durchblutung des Herzens an und kann dabei Engstellen an den Herzkranzgefäßen finden. Die Untersuchung ist nicht schmerzhaft. Es wird die Einstichstelle betäubt mit einer lokalen Betäubung. Das ist das Handgelenk oder die Leiste. Und dann wird von dort aus mit einem dünnen Katheter das Kontrastmittel in die Herzkranzgefäße gespritzt. Der Patient ist wach und kann sich mit dem Untersucher unterhalten und sogar den Befund, die Bilder mit anschauen und sehen, ob es Engstellen gibt oder nicht. Wenn man dann bei der Katheteruntersuchung tatsächlich eine Engstelle oder sogar einen Verschluss an den Herzkranzgefäßen findet, dann kann das meist direkt behoben werden mit Ballon oder Stent, sodass dann der Durchfluss wieder normal ist und damit letztendlich das Problem behoben und der Patient schon kurz danach, wenige Tage danach wieder entlassen werden kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017